Picks für heute. Ich bin nicht in der Lage, zumindest bis jetzt, so ein Ladehäubchen für ein E-Golf in 3D zu designen. Das ist unförmige Form und das kriege ich nicht hin. Deshalb brauche ich Hilfe vom Hörer. Aber so einfache Sachen kann ich natürlich selber machen. Es gibt diverse 3D-Software. Es gibt unendlich viel 3D-Software, wo man solche Objekte designen kann. Manche ist Open Source, manche ist zum Beispiel mit Blender. Man kann auch Blender benutzen. Was eigentlich dann so für Animationen gerne verwendet wird. Aber da kannst du natürlich auch ein 3D-Objekt drin designen. Das ist halt meistens dann ein Häschen oder sowas, was man in den Film rumhoppelt. Immer eine Hase. Oder man nimmt irgendwie FreeCAD oder OpenSCAD oder Zeug. Aber was auch ganz interessant ist, eigentlich sind solche Sachen, die im Browser laufen. Und manchmal denkt man sich vielleicht so, kann das gehen? Kann so eine 3D-Software im Browser laufen? Und eine, die sehr weit verbreitet ist und die auch gratis zu nutzen ist, ist halt Tinkercad von Autodesk. Autodesk weiß so grundsätzlich, wie das mit dem, wo die Vektoren hingehen. Und Tinkercad ist, funktioniert... Wo die Vektoren, da musste ich ganz kurz drüber nachdenken. Ich habe es verstanden und ich finde es ein bisschen lustig. Tinkercad funktioniert irgendwie mit meinem Kopf nicht. Ich finde, ich komme damit nicht klar. Es ist für einfache Dinge, das kann man damit machen. Aber ich finde, da fehlt so komplexere Sachen, was hier Leute auch zeigen, was damit geht. Irgendwie klickt nicht bei mir. Also das kann man sicherlich sich alles lernen und anschauen. Aber das irgendwie, weiß nicht. Aber das kann man sich durchaus einmal anschauen, wenn man so ein 3D-Objekt irgendwie bauen möchte. Ich hatte irgendwie nicht mitbekommen, dass Google SketchUp, glaube ich, nicht mehr zu Google gehört. Kann das sein? Ich weiß nicht, wo es ist. SketchUp ist aus dem Blick geraten bei mir. Also das sah jetzt so aus, als würde es nicht mehr Google gehören. Aber das ist auch eine Option, die man verwenden kann. Die meisten von den Dingern haben irgendwie eine ganz okaye Gratis- oder Billigstufe eingebaut. Und das geht schon. Aber was ich jetzt mal ausprobiert habe, ist eben Onshape. Onshape ist auch ein Ding, was im Browser funktioniert. Und ich kann das offensichtlich auch noch nicht richtig benutzen, aber zumindest das Ergebnis stimmt dann. Das ist hier ein Objekt, was ich mir gebaut habe, was mir eine Ikea-Lampe adaptiert auf andere Löcher. Und das Konzept von, also in Tinkercad ist es auch so ähnlich, aber in Onshape ist es zumindest auch so, dass du, du zeichnest irgendwas in 2D und machst es dann dick. Du zeichnest ein Rechteck und gibst ihm dann eine Höhe und dann hast du halt einen Klotz. Und dann machst du einen Kreis auf dem Rechteck und dann schneidest du den Kreis weg. Dann hast du ein Loch in dem Klotz. Und so baut sich eben dieses Objekt hier mit diesen Layern sozusagen an der Seite auf. Und du kannst eben auch hier diesen Rollback-Bar nehmen und gucken, wie dieses Ding aufgebaut ist. Und das geht halt mit dem Klotz los. Dann kriegt der Klotz ein Loch, einen Kreis. Dann kriegt, wird der Kreis zum Loch. Dann kommen zwei Slots drauf. Dann werden die Slots ausgesägt. Dann kommt hier ein Chamfer drauf und ein Filet. Dann hast du hier die lustigen Übergänge. Und dann hast du am Schluss hier diesen Adapter von diesen Löchern hier auf diese Löcher hier für diese Lampe, damit ich diese Lampe ohne zu bohren aufhängen kann. Und das habe ich jetzt gerade ausgedruckt. Und jetzt habe ich dieses Ding hier. Und das passt halt tatsächlich auf Anhieb einfach an die Löcher und an die dumme Lampe. Und das habe ich jetzt vor der Sendung gerade gestartet, den Druck, und jetzt ist er fertig. Ich war wirklich sehr überrascht, als ich dieses Foto gesehen habe. Jetzt kann ich hier einen Propeller. Das ist so ein bisschen mindblown. Das ist jetzt alles nichts Neues für Leute, die seit 10.000 Jahren 3D drucken und so. Und das ist ein sehr simples Ding. Aber es funktioniert halt. Und das ist schon so ein bisschen verrückt, dass ich kann jetzt hier diese doch sehr seltsame Form generieren und aufhängen und das funktioniert. Das ist schon sehr toll. Das ist sehr, sehr schön. Weil ich habe genau das selbe Problem. Ich bräuchte ein Objekt. Das könnte ich mir in Zweifel aus Holz bauen. Aber ich habe mir gedacht, das wäre ideal für so einen 3D-Druck. Da habe ich gehofft, das hat schon jemand gebaut. Und hat noch niemand gebaut. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich bin so wahnsinnig schlecht in Fusion gewesen. Aber das scheint mir so, als könnte ich das vielleicht auch. Die Dokumentation von Onshape ist recht gut, glaube ich. Wir haben auch so Kurse, die sie selber anbieten. Und das läuft im Browser. Das läuft auf iOS auf dem iPhone. Das läuft auf dem Android. Und das läuft sogar auf dem iPad mit dem Stift. Sehr gut. Das heißt, du kannst im besten Fall, wenn du das wirklich wolltest, kannst du die Datei auf deinem iPad erstellen und per Wi-Fi in deinen Drucker stecken. Und der druckt ohne weiteren Zwischenschritt einfach. Weil du kannst durchaus auf dem Octoprint direkt auch slicen und dann kommt das aus dem Drucker gefallen. Also, da geht schon was. Das ist so eine Software von Onshape, ist eine sehr komplexe Software. Damit kannst du auch richtig ernsthafte Sachen machen. Und die nehmen, wenn du da eine kommerzielle Lizenz willst, auch ernsthaftes Geld dafür. Aber wenn du sagst, ich bin hier Hobby, dann ist es halt gratis für dich. Und fast der gleiche Funktionsumfang. Und das ist schon nicht so schlecht. Ja, das ist nicht so schlecht. Und du hast halt Kollaborationsfeatures und du hast eine Versionierung eingebaut. Und das läuft halt im Browser und das ist synchron auf allen Geräten. Und du musst keine Software installieren. Und das ist, das hat schon was, irgendwie. Ich weiß gerade gar nicht, was ist denn der Preis, wenn du das zahlen müsstest. Ich meine, Fusion ist auch nicht geschenkt. Außer, ne, ne, ne. Also hier, normale Lizenz von Onshape kostet halt 1.500 Dollar pro Jahr pro User. Oder für Hobby gratis. Das ist halt ein ganz gutes Angebot. Mhm. Nicht? Jo. Also, wenn du dir da mal einen Adapter designst, vielleicht drücke ich dir den. Das wäre sehr gut. Ich habe nämlich da ein Problem in meinem Küchenschrank festgestellt. Mhm. Was ich gerne gelöst hätte. Ah, ja. Also wenn ich jetzt den Rest der Sendung nichts mehr sage, dann brauche ich mir einen Adapter. Mach doch mal. Okay. Und erstaunlicherweise, obwohl es das gleiche grün ist wie Leos Bananenadapter, hat es ohne aufpassen gedruckt. Das ist natürlich zugegeben etwas weniger komplexer als der Bananenadapter. Bisschen. Ja. Ja. Gut. Also Onshape für 3D-Zeug kann man sich mal gut anschauen. Oder Tinkercad, wenn man damit zurechtkommt. Oder eine von 75 anderen Softwarepaketen, die das möglich machen. Und das ist sehr nett. Das ist ein weiterer Baustein bei diesem 3D-Drucker-Blödsinn, dass ich jetzt eben auch selber Sachen machen kann. Sicherlich nicht alles. Irgendwo ist auch Schluss mit meinen Fähigkeiten. Aber einfache Sachen gehen auf jeden Fall damit. Gut. Gut.